Bozo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Watch Dogs Legions. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir eine Mission gemacht, und zwar was für eine Mission, eine Bezirksmission, das bei London befreien wollen, also das, dass man London befreien muss. Ja, eine Mission mit so einer uralten Kammer, wo die Leute versklavt werden und gehalten werden, also gefangen werden. Ja, das ist so eine Mission, da muss man mit Drohne gehen, weil die Drohne hat einen Scheinwerfer, weil unten in der Kanal ist wirklich schweinedunkel, also arschdunkel, man kann nichts sehen, man muss, ja, wie ihr es in der letzten Folge gesehen habt, man muss ja erstmal mit Drohne und dann zu dem Mensch selber und dann wieder zur Drohne wechseln, damit man, weil der Drohne hat einen Scheinwerfer, weil ohne das sieht man nicht, sonst landet man direkt wieder unten und muss wieder von vorne beginnen, also von vorne starten wieder und das hat mich so aufgepisst und angepisst und richtig voll gepisst, das ist, ach, behindert ist das einfach, und ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Hä? Ja. 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 Davon. Ja. Ja. Oba Live! T! Socker! Klasse! Ich bin so froh, dass du diesen Leuten helfen und dieses Gefängnis aufwecken konntest. Jetzt kann Eldian das niemand anderem mehr antun. Jawohl, wir sind die Größten. Nein, Elmst ist auf eurer Seite. Eldian hat keinen Einfluss in diesem Stadtteil mehr. Scheiße, ja. Vielen Dank für alles, DedSec. Das Wort macht die Runde. Nieder mit Eldian. Jetzt weiß der gesamte Bezirk Bescheid. Die Berichte der Leute, die da drin waren, werden Nein, Elmst sicher anstacheln. Sehr gute Arbeit. Ah, der ist in Dost jetzt. Okay. 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 Okay, gibt's enge was zu tun? Ich verstehe nicht. Oh, geht doch hoch, geht doch hoch. Oh, Mann. So. Oh. 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 Jawoll, Flick! Oh, Scheiße, Grenade! Fuck! Ich brauche Hilfe! Ich gehe in Deckung! Ja, ja! Ja, ich stecke fest! Ach, komm, Mann! Fuck! Ah, Fick dich! Fick dich einfach! Ach! Oh! 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 Das war's für heute. 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 Okay. Dann äh... Das war's für heute. 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 Hol' doch den Mister und verschwinde doch einfach. Das war's für heute. Ach, 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 ach... Ach, 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 ach... Ach, ach, ach... Oh Scheiße. Jawoll. Oh Scheiße. Ah, das ist ja so. Hey, Drohner, auf die Suche! Ich will den Arsch, der den Spinn-Bot fährt! Hey, Drohner, alles absuchen! Ne, das dauert mir viel zu lange. kostet den Spinn-Bot. Neh, das dauert zu lang. Verarschen, ne? Verarschen, ne? Na, wo ist die jetzt? Verarschen, ne? Ich, ich, Waffen durch London schmuggle. Das geht nicht. Red weiter. Ich will damit aufhören. Für immer. Aber ich kann nicht einfach abhauen. Jemand muss die Lieferung aus dem Verkehr ziehen, bevor mit den Waffen Menschen verletzt werden. Okay, überlass das uns. Vielen Dank. Hilf mir. Dann helfe ich dir auch. Die Waffenlieferung wird in einem von Clan Kellys Verstecken vorbereitet. Ich schicke dir die Koordinaten. Bin dran. Da ist das. Da ist das. Ja komm, wechsel mal jetzt. Deinen Charakter, Mann. Da ist das. Bereit für ein wenig Action? Zum Glück rufst du an. Mir ist so langweilig. Was? Okay, okay. 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 Zerstöre die illegal Lieferung. Oh, oh! Ah! Da ist die Lieferung. Komm her. Ah und. Ah. 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 Nein. Das stellt ihr die Gare-Reform, ok? Ach. Ah. steig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ähm, da Also, willst du kämpfen? Nicht gegen mich, sondern allgemein. Für Deathsack. Fuck, ja! Bin dabei! Hast du alles? Ja, ja, direkt hier! Gut, und wenn Albion nächstes Mal will, dass du zahlst, mach keinen Stress. Nein, ich weiß, ich kapier's. Sorry. So... Und... Ja, komm, wir... Machen das ganz schnell. Bewegung, los! Oh, ich liebe diese Maske. Scharf. Wenn ich schon mein perfektes, attraktives Gesicht verdecken muss, soll es wenigstens cool aussehen. Gib! Meinigüter. Meine Güte. Äh, wo ist das denn jetzt? Jawoll. Okay, das reicht jetzt. Wenn ich das Ding hier abfeuere, wirst du es spüren. Hey, was fällt denn da? Was ist das denn da? Ja! Werde, was war's? Du bist unterlegen! Fuck, 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 fuck! Ja. 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 Ach... Ja. Ach. Die Zielperson war eben noch da. Ja, komm komm komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Jawoll. Verdammt. Jawoll, ich hab's geschafft. Das setzt Albions automatisierter Panzerwagenmontage ein Ende. Damit drückt der Aufstand jetzt richtig auf. Gas. Noch ein bisschen mehr und der ganze Stadtteil ist auf der Überholspur. Nichts? Keine Reaktion? Okay, dann doch wieder dreckige Witze. Jawoll und... ...das hier. ...das hier ist eine Frage. Schön weitergehen, verstanden? Du ekelnd. Ich höre nicht auf! Verdächtiger in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Zentrale, wir sind bereit einzugreifen. Das reicht jetzt. Ich werde schießen. Ich hatte ihn fast. Wo ist er hin? Ich breche die Suche ab. Alle zurück. Ende. Die Schafe sind nicht das Problem, sondern diejenigen, die sie anführen. Ja, du hast recht. Es ist dieser Arsch, der in sein Megafon schreit, der sie alle aufwiegelt. Exakt. Ein bämlicher Umwohlschriftler, der die Menge zu etwas dumm macht. Ab da und gegen der Zeit. Oh. Jetzt bist du erledigt. Na, wo bist du hin? Was zur Hölle ist da drüben los? Es ist ihr Job so eine Scheiße zu verhindern. Wie kann es mitten in der Stadt eine Drohnen-Kollision geben? Wissen Sie, dass es Tote gab? Ja, von den Trümmern getroffen. Wie kommt die Presse dahin? Ich werde dich finden. Jemand ist verletzt! Oh no. Hier ist es mit dir. Und? Oh. Wo ist es, der Kekna? Oh, fuck. Das schau ich mir mal an. Das schau ich mir mal an. Mann. Das schau ich mir mal an. Endlich. Oh, fuck. Okay, und... Jawoll. Ob es wohl mehr davon gibt? Was ist das? Wir haben gerade den Feed eines Albion-Gefangenenfluges aufgefangen. Die Armschweine werden wohl wegen extremer Insubordination außer Landes gebracht. Wieso? Heftig, oder? Warum feuern sie sie nicht einfach? Ich weiß nur, dass diese Leute auf dem Weg zum Umerziehungs-Sommercamp, auf den Seychellen sind. Hier, Connor 12, George hat Kontrolle über das Flugzeug. Connor 12, bitte warten. Mit euren Baugdaten scheint etwas nicht zu stimmen. Verstanden. So. 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 Also, diese Gefangenen wurden wegen des Versuchs der... von Operationsinformationen an externe Agenten eingesperrt. Whistleblower. Vielleicht wollten sie sogar DETSEC kontaktieren. Zum Glück kannst du das Flugzeug umleiten. Gute Idee, Berglay. Flug wird umgeleitet. Das Flugzeug sollte in ein paar Stunden landen. Ich habe die Behörden vor Ort kontaktiert, die nicht gerade begeistert von Elbien sind. Offenbar halten sie Menschenrechte tatsächlich für Rechte und nicht für juristische Hindernisse. Die Elbien-Überläufer sind dort willkommen. Danke, Berglay. Jawoll. Geh doch hoch, Mann. Achtung, aus großkrimineller Aktivität anruieren Wehrwachen. Ausgang auf eigene Gefahr. Perfekt. Aber wir machen das noch. Daten. Nein, Technik. Okay, Leute. Ich sage jetzt mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, nicht vergessen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann sage ich mal, Oroa. Ciao, bis dann. Euer Jinjakuza. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017